Das war alles wirklich was für die Miri. Super Freistoß! Auf geht's Juli, auf geht's! Das ist etwas Fußball, das Zappenspulen. Das war jetzt ein netter Dreher. Ja! 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 Sauber! Ja! 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 Oh, Jesus. Das ist so. Ich bin so. Ich bin so. Ja, das war's. Ich bin so. 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 So meine Damen, herzlichen Glückwunsch zu einem triumphalen Sieg. Juhu. Ich hab's ja richtig abgeschossen. Dann sagen wir mal, wäre so ein Kommentar zum Spiel, ist ja nur super. Aber sagen wir mal von euch, sagen wir mal die Becky. Was sagst du dazu? Ja. Ja. Also, ich hab mir erst mal vor Außen zugeschaut. Da war's noch recht chaotisch. Da haben wir erst mal das frühe Tag geschossen. Da haben wir dann gleich das Gegens fahr. Und dann sind wir ein bisschen durcheinandergekommen, glaube ich. Ja. Aber nach der Halbzeit ist es noch frisch weitergegangen. Und dann haben wir einen Gas gegeben. Und dann haben wir's abgepulzt. Genau. Und wie seid ihr mit einem persönlichen Spiel zufrieden? Sagen wir mal die Mille, die ein bisschen kritisch ist. Was sagst du heute dazu? Deiner Leistung? Es geht immer mehr. Aber wenn man 28 gewinnt, dann kann man gar nicht so schlecht gewinnt sein. Die Miri schließt sich an und sage Dankeschön für's Interview Ladies und gratuliere nochmal. Danke. Danke! 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 Jetzt war mir! Ich war ja hier bei dir! Пока ich auch nicht irgendwie zu에서는... Du Similar d到 eine Seasonal�ere. Zu oubchnisch? So etwas, aber die луч suggests. hotter es sicherlich.